nicht nur vom melonenkönig wurde die wassermelonen challenge angekündigt sondern auch vom guten max von der garten kanal wurde die challenge auch offiziell bestätigt und wie gesagt ich habe schon längst mit der vorentzucht anbegonnen meine melonen haben schon eine gewisse größe und ich möchte euch einfach mal in dem video mitnehmen wie ich sie jetzt einfach umtopfen werde damit sie noch mal ein bisschen größer werden hallo und herzlich willkommen hier auf diesem kanal es freut mich wirklich sehr dass du bei diesem heutigen sonnigen wetter eingeschaltet habt und ja ich möchte euch einfach heute mitnehmen wie ich diese kleinen melönchen umtopfen werde ich dann auch im anschluss gurken pikieren weil sie weil ich sie in mehreren weil ich mehrere sametöpfen eingesetzt habe dass ich sie in einzelnen ja töpfen separat reinsetze mit ihr nochmal extra wachstumsschub bekommen und für mich sind halt gurken und melonen vom anbau her sehr ähnlich und ich möchte jetzt einen kleinen perspektivwechsel machen damit ihr ein bisschen besser sehen könnt was ich jetzt eigentlich mit den melonen so vor habe ich habe jetzt hier einen topf vorbereitet indem ich jetzt diese honig melone die witch sweetness einpflanzen werde und da versuche ich sie jetzt ganz vorsichtig aus dem kübel zu nehmen also die erste pflanze die ich gerade pikiert habe die das ist eher weniger vorsichtig vonstatten gegangen da kann ich vielleicht auch mal einen kleinen ausschnitt machen das team ist mir der topf aus der hand geflogen jedenfalls sind die melonen sehr empfindlich und so ungefähr schaut die aus schöner wurzelbein hat sich auch gebildet und wie gesagt ganz vorsichtig versuche ich sie jetzt hier in einen größeren topf einzusetzen sie ein bisschen anzudrücken dann noch mal mit erde begießen das substrat das ist eine mischung von ganz normaler pflanzerde und unserem kompost und die melone werde ich dann jetzt noch im anschluss angießen dass er noch einen guten start für das wachstum hat und dann natürlich für die beschriftung werde ich dann hier noch solche namensschilder anbringen die hat mein vater geschnitzt für mich dankenswerter weise und da werde ich dann einfach den namen draufschreiben damit ich weiß welche sorte das natürlich jetzt so eingesteckt und fertig und so werde ich jetzt auch mit den ganzen melönchen und gurken vorgehen so jetzt bin ich fertig mit dem pikieren von den melonen so schaut es dann ungefähr aus also bitte wenn ihr die melonen umtopft oder auch pikiert achtet wirklich darauf dass ihr nicht zu viele wurzeln abreißt denn es ist im vergleich zu tomaten die bilden an ihren stemmen bilden sie noch mal nebenwurzeln wenn man sie tiefer setzt bei melonen und bei gurken ist das nicht der fall also ihr könnt sie zwar tiefer setzen aber es auch die wahrscheinlichkeit höher dass sie am stil schimmeln oder es einfach nichts passiert also die bilden am stil keine seitenwurzeln wenn ihr sie zu stark verletzt dann können sie natürlich auch eingehen oder haben dann ja dann macht ihr euren vorsprung von der vorzucht ja wieder weg weil die pflanzen wieder den schaden ausgleichen müssen aber so prinzipiell sehr achtsam und behutsam mit dem pflanzen umgehen viele sagen auch dass gurken und melonen es nicht mögen sie umtopfen zu pikieren wie gesagt immer vorsichtig und behutsam sein habe ich schon öfters gemacht dann funktioniert das auch und wie gesagt ich habe sie jetzt hier in diesen kisten reingestellt und so werde ich mit meinen melonen und meinen gurken auch vorgehen so ein bisschen rum pickeln weil ich halt nicht alle in einen separaten topf rein also ein samen in einen topf reingemacht habe das habe ich bei vielen gemacht ist auch sehr sinnvoll damit die pflanzen auch genug platz haben aber bei manchen habe ich auch wirklich zur sicherheit zwei oder drei reingetan weil ich auch im gewächshaus am anfang mäuse hatte und die haben sich dann an die samen bedient und auch zum teil welche aufgefressen aber sonst ist das jetzt so der werdegang oder der fortschritt für die melonen challenge gerne würde ich mich über einen daumen nach oben freuen ihr könnt auch meinen kanal kostenlos abonniere noch auf die glocke drücken so verpasst ihr mal kein weiteres video wenn ich eins hochladen auch hier von der melonen challenge zumal es mich auch sehr unterstützt und ich auch ein immer weiter unabhängiger werde um für euch videos zu produzieren und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen und harmonischen tag genießt den frühling es wird richtig warm die kommenden wochen und ja ich werde weitermachen mit meinem permakulturprojekt und ich freue mich wenn ihr auch mit dabei seid in diesem sinne vielen dank dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten episode hier im peace projekt bis dahin tschau und ja ganz einfach versuche ich die pflanzen ganz vorsichtig bei melonen bis dahin